Die 5 besten Vintage Wandregale, ein stylischer Blickfang für jeden Raum Ich liebe das Gadgy Wandregal Set. Es sieht nicht nur unglaublich stilvoll aus, sondern auch sehr funktional. Ich habe das Set in meiner Küche installiert und jetzt habe ich viel mehr Platz zum Aufbewahren meiner Töpfe, Pfannen und anderer Kochutensilien. Die schwarzen Metallgitterregale geben meiner Küche einen modernen und industriellen Look und das schwarze Holzregal ist perfekt für meine Gewürzdosen. Die Installation war auch sehr einfach und die mitgelieferten Schrauben und Anweisungen waren sehr hilfreich. Ich bin wirklich begeistert von diesem Regal Set und würde es jedem empfehlen, der nach einer stilvollen und funktionalen Aufbewahrungslösung sucht. Ich habe mir das Relax Days Regalwinkel Antique Set bestellt und bin begeistert von der antiken Optik. Die barocken Ornamente sind wunderschön und geben meinem Regal eine tolle Vintage Note. Die Winkel sind aus robustem Gusseisen gefertigt und halten mein Regal sicher an der Wand. Die Größe M ist perfekt für meine Bedürfnisse und das Zweiherset ist praktisch für mehrere Regale. Ich kann diese Regalträger jedem empfehlen, der nach einem stilvollen und funktionalen Deko-Element sucht. Ich habe das E-Beuke Wandregal jetzt seit einigen Wochen in meinem Badezimmer und bin absolut zufrieden damit. Es ist einfach zu installieren und sieht wirklich toll aus, das Vintage Design passt perfekt zu meiner Einrichtung. Der Handtuchhalter ist auch sehr praktisch und das Regal bietet genügend Stauraum für meine Pflegeprodukte. Ich kann das E-Beuke Wandregal jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem dekorativen und funktionalen Regal für sein Zuhause ist. Ich habe das Amazon Brand UMI Rusticalis Schweberegal 3er Set mit Metalldraht für kleine Topfpflanzen gekauft und bin begeistert von der Qualität und dem Design. Die Regale sind sehr robust und lassen sich einfach montieren. Die Kombination aus Holz und Metall macht sie zu einem tollen Dekostück in meinem Wohnzimmer. Besonders schön finde ich, dass ich meine kleinen Topfpflanzen darauf platzieren kann. Das gibt dem Raum eine gemütliche Atmosphäre. Ich würde das Regal-Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe das UMI Wandregal-Set von Amazon Brands gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die rustikale Optik passt perfekt zu meinem Wohnzimmer und bietet gleichzeitig viel Stauraum für meine Dekoration und Bücher. Die Montage war einfach und das Regal hält stabil an der Wand. Ich kann das UMI Wandregal-Set jedem empfehlen, der eine elegante und praktische Lösung zur Aufbewahrung sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.